Dabei hat es nach einem stinknormalen Beginn zu diesem Spiel ausgesehen. Anstoß für Grödig und zunächst wird mal der Retourgang eingelegt. Die Salzburger, die viele Ausfälle zu beklagen haben, unter anderem fehlt der gesperrte Tommy, zu dem Neuzugang Taxi Funtas aufgrund einer Fingerverletzung, out of order. Und vorne vermisst man natürlich den nach Freiburg abgewanderten Philipp Zulechner. Und so müssen es eben andere richten. Zunächst der kurzfristige Ballgewinn, der Wolfsberger, dann schaltet. Marc am schnellsten, der lange Ball, der Fehler von Topnik und dann toll gemacht von Stefan Nutz. An seinem 22. Geburtstag bringt er die Grödiger nach nur 33 Sekunden in Führung. Warum Topnik da rausgeht, Frage Nummer 1 und Frage Nummer 2, warum er nicht zur Seite abwehrt. Das beantwortet dann Stefan Nutz auf seine Art und Weise bereits sein viertes Tor aus der Distanz. Bestwert in der Liga insgesamt sein sechster Saisontreffer. Was für ein Aufzakt für die Grödiger und beinahe fast postwendend der Ausgleich hätte hier standfest den Ball einfach besser getroffen. Da waren gerade mal zwei Minuten gespielt, also gleich viel Tempo drinnen in dieser Partie. Die Wolfsberger, die mit derselben Startelf aufgelaufen sind, wie beim 3 zu 2 über Innsbruck, hinten mit unglaublichen Fehlern. Und so steht es nach 20 Minuten 2 zu 0, Tadej Trudina, diesen Mal Topnik. Nicht der Ursprung des Gegentreffers, sondern Nemanja Rönic, der hier Elsnek ideal, natürlich unfreiwillig bedient. Und dann war es nicht allzu schwer für Trudina. Fünftes Saisonturm für ihn. An vorderster Front aufgeboten. Und die Grödiger machen weiter. Zwar wird hier im Nachhinein abgefiffen, aber beim Kopfball war noch alles in Ordnung von Kana. Danach das Foul von Trudina und diesmal gute Abwehr von Christian Topnik. Dann nähern wir uns schon dem Ende der ersten Hälfte. Ja und so sieht es aus, wie der WRC hier gespielt hat in der Vorwärtsbewegung. Bitter für Kühlbauer, schwacher Auftritt seiner Mannschaft, 2 zu 0 für Grönig zur Pause. Auch weil Christian Topnik gleich in der ersten Minute eine folgenschwere Entscheidung getroffen hat. Hinein in die zweite Hälfte und die beginnt eigentlich sehr gut für die Wolfsberger. Endlich wird konsequent nach vorne gespielt. Beide auf. Hätte da viel mehr draus machen müssen. 48. Letztlich kein Problem für Zizan Stankovic. Aber die Kärntner endlich mit dem erwartenden Offensivspiel. Mit guten Aktionen, aber ohne Abschluss. Gotthal reklamiert Handspiel. War aber kein zu pfeifendes Handspiel. Also kein Elfmeter richtig gesehen aus meiner Sicht von Schiedsrichter Harald Lechner. Dann wechseln wir wieder auf die andere Seite. Knappe Stunde absolviert. Nutz mit Decke. Und dann Matthias Mark beinahe mit seinem ersten Bundesliga-Tor. Wollte da fast ausweichen, hatte man den Eindruck. Knapp an der Entscheidung vorbeigezielt. Nur eine Minute später der überragende Stefan Nutz. Riesentat von Dornik. Elf Minuten noch zu spielen. Der WRC über Gotthal. Schöne Spielverlagerung. Und so schlecht war der nicht von Manuel Kirche, der ja zuletzt gegen die Innsbrucker getroffen hat. Aber es sollte einfach nicht sein. An diesem Tag für das Team von Didi Kübauer. Die Krötiger schreiten einem weiteren Heimsieg entgegen. Wieder Nutz. Und dann Marco Berchthold mit dem 3 zu 0. Sein erstes Bundesliga-Tor seit dem März 2007. Damals hat er noch für den GRK getroffen gegen Innsbruck. Willkommen aus Pasching. Und jetzt macht er das Tor für seinen neuen Arbeitgeber. Gleichzeitig auch der Endstand in dieser Partie. Der SV Grödig untermauert mit dem 4. Heimsieg in Folge den 2. Tabellenplatz. Sensationell die Ausbeute für einen Aufsteiger. 38 Punkte nach 23 Runden. So gut war seit der Einführung der 3-Punkte-Regel noch kein Aufsteiger.